Liebe Freunde der kriegstüchtigen Worte, der Herr Verteidigungsminister Boris Pistorius will die Wehrpflicht in Deutschland in einer neuen Form wieder einführen, nach 13 Jahren ausgesetzter Wehrpflicht. Es ist eine interessante Mischung aus Pflicht, Psychologie und Freiwilligkeit. Ich erzähle gleich noch einige Details dazu, doch zunächst eine kriegstüchtige Metapher. Stellt euch vor, ihr lebt in einer kleinen Stadt und aus heiterem Himmel beschließt der Bürgermeister, die Bürger für die freiwillige Feuerwehr zu motivieren, um nicht verpflichtend zu sagen. Ich meine, Pflicht und Freiwilligkeit ist für Politiker nicht wirklich ein Widerspruch. Denkt nur an die total freiwillige Impfung, die war freiwillig, ob man sich da unterzog oder nicht. Aber wenn man es nicht tat, verlor man in bestimmten Branchen seinen Job und damit die Existenzgrundlage freiwillig. Zurück zur Metapher. Den Leuten, die jetzt plötzlich zu Feuerwehrleuten werden sollen, stellen sich natürlich Fragen. Was weiß der Bürgermeister über anstehendes Feuer, was wir nicht wissen? Woher die plötzliche Eile? Doch die Fragen haben noch einen größeren Kontext, der die gefühlte Glaubwürdigkeit der neuen Forderung so oder so wackelig dastehen lässt. Jahrelang ließ der Bürgermeister den eigenen Leuten einreden, dass ihr Dorf und ihre Häuser eigentlich nichts wert seien. Denn der Bürgermeister war dadurch zwar etwas unbeliebt, aber durch Tricks hielt er sich dennoch an der Macht. Eigentlich waren die Häuser auch moralisch gar nicht wirklich ihre, so sagte der Bürgermeister den Leuten. Sie seien nur eben halt zufälligerweise länger in einem Haus anwesend. Sein Haus schützen zu wollen, das sei geradezu böse im biblischen Sinne, so versicherte der Pfarrer, der zufälligerweise ein enger Freund des Bürgermeisters war. Und stolz zu sein auf sein Dorf, das sei geradezu eine Todsünde. Man hatte sich im Dorf also damit abgefunden, dass der Bürgermeister das so sah. Man übte sich darin, zwar sein Haus zu pflegen und auch zu schützen und doch gleichzeitig so zu tun, als sei es einem im Grunde egal. Manche Bürger spekulierten heimlich, dass der Bürgermeister selbst darauf spekulierte, die Häuser billig aufzukaufen. Doch so richtig laut sagten es nur wenige. Die Leute waren im Grunde eher feige. Diese Verpflichtung zur Feuerwehr war auch keine offene, volle Verpflichtung. Die Leute wurden einzeln gefragt, ob sie das Dorf vor Feuer retten wollten und wer es nicht wollte, der musste es explizit sagen. Und wer es auch nur andeutete, es sich vorstellen zu können, der wurde dann tatsächlich verpflichtet. Es war im Grunde ein Dorf von Feiglingen, das darauf gedrillt war, feige zu sein und die eigenen Häuser zu verachten. Und also würden sie wahrscheinlich zu feige sein, um sich dem Ruf zu widersetzen. Aber diese Leute sollten nun plötzlich lernen, eben diese Häuser, die sie doch verachten sollten, mutig zu verteidigen, unter Einsatz ihres Lebens in die Flammen rennen. Ach ja, zurück zur Nachricht im angeblich realen und angeblich besten Deutschland aller Zeiten, überlegt der Verteidigungsminister Boris Pistorius die vor 13 Jahren ausgesetzte Wehrpflicht, in einer neuen Form wieder aufleben zu lassen, so wird aktuell gemeldet. Den Link zu dieser Nachricht und allen übrigen Fällen findet ihr in der Textversion dieses Essays und den Link dazu in der Beschreibung hier bei YouTube. Geplant ist, so lesen wir, junge Männer zu verpflichten, in einem Fragebogen ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Dienst anzugeben und sich bei einer Auswahl einer Musterung zu stellen, also ein gewisser psychologischer Druck. Man geht davon aus, dass 400.000 Männer pro Jahr den Fragebogen ausfüllen werden und dass etwa ein Viertel ein Interesse bekunden werden. Und dann wird man etwa 40.000 zur Musterung bestellen. Es ist quasi eine freiwillige Wehrpflicht und doch, wer nicht kämpfen will, der muss es explizit sagen. Man muss mit dem Gedanken konfrontiert werden oder man muss sich mit dem Gedanken konfrontieren. Der Dienst könnte sechs oder zwölf Monate dauern und natürlich nur für Männer. Wie still plötzlich all die Feministinnen sind. Allerdings können sich Männer übrigens diesbezüglich aktuell zu Frauen erklären lassen. Sie müssen es nur rechtzeitig vor Kriegsbeginn tun und dann werden sie, soweit ich weiß, nach geltendem Recht auch im Krieg als Frau behandelt, also nicht eingezogen. Pistorius will heute den Verteidigungsausschuss des Bundestages informieren, also heute, während ich dies schreibe und aufnehme. Und die Pläne werden dann am Nachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt. Trotz Widerstands innerhalb der SPD und anderen Parteien wie den Grünen und auch, ich glaube, in Teilen der FDP, verfolgt Pistorius entschlossen seine Idee. Man will Deutschland kriegssüchtig machen, um gemeinsam mit den NATO-Verbündeten glaubhaft abzuschecken. Wer ist es, den man abschrecken will? Ich selbst denke beim Abschrecken ja an gekochte Eier, die man nach dem Kochen mit kaltem Wasser abspült, damit die Schale sich besser löst. Herr Pistorius will aber wohl, sprechen wir es ruhig aus, den Russen abschrecken. Junge Männer müssen sich entscheiden, junge Deutsche müssen sich entscheiden, ob sie den Russen abschrecken wollen. Zigtausende deutsche Männer werden dafür angefragt oder vorausgewählt werden. Deutsche Männer oder wie man in grün befallenen Redaktionen sagt, schon länger da seiende mit Eiern. Die Einführung einer neuen quasi-Wehrpflicht, einer weichen Wehrpflicht, bringt mehrere ethische Dilemma damit sich. Ist es noch ethisch vertretbar, junge Männer zu einem solchen Dienst zu motivieren? Selbst wenn der Einsatz tatsächlich freiwillig ist, auch nicht bloß freiwillig aus sozialer Not, stellt sich die Frage, darf man junge Männer motivieren, im Auftrag der Politik ihr Leben zu riskieren, wenn wir ahnen, dass sie bei entsprechender Reife einige Jahre oder Jahrzehnte später ganz anders entscheiden würden? Darf man überhaupt irgendwen auffordern, potenziell zu sterben im Auftrag von Politikern, von denen wir zumindest rational annehmen dürfen, dass sie schon mal das Volk belügen und zum Schaden des Volkes und Landes handeln? Und dann die generelle Motivation, über Jahre wurde den Deutschen eingetrichert, dass es unmoralisch sei, seinem Land und seinem Volk gegenüber irgendwelche positiven Gefühle zu hegen. Es trägt also schlicht keine Bedeutung, wenn man verlangen will, für dieses Land oder gar für sein Volk zu sterben. Für wen und was aber dann? Zurück zur Metapher, stellen wir uns vor, dass ein Dorfbürgermeister sagt, eure Häuser sind nichts wert und es sind eigentlich gar nicht wirklich eure Häuser, verteidigt sie aber mit eurem Leben gegen Flammen. Die Bürger würden sehr heftig hinterfragen, wessen Interessen und Vermögen sie als Feuerwehrleute wirklich verteidigen. Es schmerzt mich, das zu sagen, ähnlich verhält es sich heute mit einer Aussetzung der Aussetzung der Wehrpflicht. Über Jahre wurde den Deutschen gesagt, dass es falsch sei, patriotisch zu sein und sich als Land und Volk verteidigen zu wollen. Nun, angesichts angeblich neuer Bedrohungen, soll man das Land aber dann doch verteidigen? Der Bürger fragt sich, wessen Interessen und Vermögen man als Soldat wirklich verteidigen wird. Deutschland soll wieder kriegstüchtig werden, so heißt es. Was halten wir davon? Schreibt es bitte in den Kommentaren hier zum Video. In den letzten Jahren führt Deutschland ja vor allem Krieg gegen die Vernunft, gegen das eigene Volk und natürlich gegen die deutsche Wirtschaft. Jetzt soll man also wieder in der Lage sein, einen richtigen Krieg zu führen mit Bomben und Blut, mit Stiefeln und Strammstehen und Sterben. Es mag überraschend klingen, doch ich finde etwas Gutes daran, wer ein Volk auf einmal kriegstüchtig machen will, wer die Männer zum Sterben für eine bestimmte Struktur motivieren will, der sagt damit, dass diese Struktur relevanter ist als potenziell das Leben dieses Einzelnen. Damit aber zwingt die Politik uns ungewollt eine denkbar notwendige Debatte auf. Was sind in Deutschland und für Deutschland wirklich relevante Strukturen? Was ist ja der Sinn und Zweck Deutschlands, der so wichtig ist, dass Menschen dafür sterben sollen? Der Feuerwehrmann rettet Häuser, weil sie es wert sind, gerettet zu werden, auch als Wohnung und Heimat der Menschen darin. Ich finde ja, deutsche Soldaten sollten keine geringere Motivation als Feuerwehrleute haben. Die Beantwortung der Frage nach dem Sinn von Deutschland wäre ja nicht nur für Soldaten nützlich. Wenn wir endlich wieder diesen größeren deutschen Sinn finden, dann finden wir vielleicht auch eine moralische Begründung für die absurden Steuern und Abgaben in Deutschland. Der Soldat auf dem Schlachtfeld ist nicht der einzige Deutsche, der sich fragt, ist es das alles wert? Soweit Freunde dieser Essay. Ich danke euch für euer Mitdenken bis hierhin und ich bin sehr gespannt, was ihr von der Frage haltet, welche Antworten ihr findet. Ich danke jedem einzelnen Unterstützer, eure regelmäßige Unterstützung verteidigt meine Möglichkeit, diese Gedanken aufzuschreiben und für euch aufzunehmen. Dankeschön. Dankeschön.